Das ist ohne Frage das Highlight auf dem Stand von Volkswagen in Detroit. Der ID.Bass, ein voll elektrischer und autonom fahrender Mikrobus mit Platz für bis zu 8 Personen. Er hat eine elektrische Reifweite von bis zu 600 Kilometern und lässt sich an einer Schnellladestation in 30 Minuten bis zu 80% wieder aufladen. Zu den Features des ID.Bass gehört auch ein sehr innovativer Innenraum. Das Lenkrad beispielsweise ist einfahrbar und die Sitze drehbar um 180 Grad.